Ja, ich bin sicher, dass du draufgedrückt hast. Ja, ich hab bis mal draufgedrückt, ja. Ich bin mir sicher. Willst du ihm nochmal nachschauen? Nein. Hi. Ich hab nichts gesehen. Das sind wir. Wieder mal. Erase. Okay, fangen wir nochmal hoch mal an. Okay, jetzt nichts Falsches tun. Gut. Gut. Fast eine Stunde. Ich glaub wir sind jetzt in der Bar. Bar. Bluuu. Ja. So, wir machen schnell kurz was. Wir fallen runter. Und verlieren Energie. So, das wollten wir euch zeigen. Also, bis zum nächsten Mal. Ach, nee. Ich wollte nämlich noch was machen. Gut. Ach, wir haben die... Geld. Wir haben die Lume gerapet, oder? Richtig. Eigentlich war es der Bienenkönig, der sie gerapet hat. Ja, aber wir sind auf ihren Maps in Gespräch. Ja. Penispropeller. Ach, jetzt wird er nochmal raus. Meinst du wegen dem Käse? Nein. Käse ist doch schon... Das ist doch schon alter Käse. Käse ist out, ja. Ein Wortwitz. Hat eine Idee. Ach nee, das... Ah. Passt schon. Ich hab gedacht... Der schaut immer so böse. Ich hab gedacht, da wäre Geld drin gewesen. Wir müssen jetzt nämlich rein und diesen großen Heuballen, falls ihr das noch wisst vom letzten Mal. Den müssen wir jetzt nämlich besiegen. Nee. So. Ah, jetzt komm ich dann wieder mal rein. Gut. Dann doch anders. Dann machen wir jetzt ganz normal weiter. Oh, ich liebe diese Musik. Die ist so klasse. Ja. Äh, Frau? Du wolltest Kaffee machen. Die Filter? Äh, Warnia, wo sind die Filter? Die Filter liegen im Wohnzimmer. Ähm, Wohnzimmer. Äh, in der Küche. Im Kühlschrank. Wo sind sonst Frau? Ja, ja. Ja, im Kühlschrank. Und ich bin schon wieder falsch. Der ist nicht nett. Mann, Mann, Mann. Ich sollte mal aufhören, hier falsch zu denken. Oh, Pleinzucker. Haha. Weil ich's kann. Och Gotti. Ponga hat eine Idee. Nicht bescheiß eigentlich voll. Wir müssten da eigentlich mit dem... Äh, mit nem Flammenwerfer wegbrezeln. Schau mal, wie er lacht. Warte mal. Ich muss mal die Kamera vernünftig... Na, Scheiß drauf. So. Mh, ha, 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 ha. Du schaffst das noch. Ne, ne, das... Muss ich zur Kamera machen. Warte mal, ganz gut. Warte mal, ganz gut, ganz gut. Warte mal, ganz gut Sie. Warte mal, ganz gut. Was ist das für? Dumpssch! Ja, dummssch! Warum hast du immer wiederholtes? Ich bin nicht immerholtes. Ich bin nicht immerholtes. Ja, ich bin. Oh, sorry. Danke, Mr. Squirrel. Ich war da oben bei meinem kleinen kleinen Neck. Es ist wie eine der Exekutung. Um, ja. Insofern, was werden wir hier machen? Was willst du machen? Ich werde alles für dich machen. Du bist mein bester Freund in der ganzen Welt. Um... ...und nur kurz. Was? Woher geht's? Geh' weg! So, was genau hast du in mir? Na, jetzt. Halt auf die Brücke hier. Und wir werden zurückgehen. Ja, okay. Aber jetzt nicht mehr lustige Ideen. Das ist nur ein Sinn zu Ende. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ja, ja. Ja, ja. So, jetzt kommt gleich der erste Endgegner. Rape! Komischerweise fängt er das Brennen an. Ja, ja, klar. Immer so, oder nicht? Natürlich. Wenn du nämlich das Gabel reinsteckst. Ja! F***! Au! Äh... Yay! Das piep ich aber diesmal wirklich. Das... Das war unser erster Pieper. Ruhe! Die Gesellschaft hat mich dazu erzogen. Sag mal! Ich habe dich zu viel! Krotze, fix! Yes! Ha, ha, mal! Ist nicht so einfach, wie's ausschaut. Ah, oh Gott. Ja, genau! Au! Ein augmentierter Heuhaufen. Au, die Back! Okay, jetzt heile ich mich doch einmal. Nebenpack! Ja, genau, was unter so einer Mitte alles ist, ne? Die Stelle, die jetzt kommt, kommt leider nicht so gut rüber, weil über den Emulator im Hintergrund der Schatten nicht da ist. Aber... Aber... Das passt schon. Worscht. Ja, den sollte man nämlich eigentlich nicht sehen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Im Moment hier, heilige Liege! Sag mir, wo ich schreien! So, es ist gar nicht die Stelle, vor der ich jetzt eigentlich Angst habe, sondern eher das, was danach kommt. Ja, das wirkt schon. Ach, das wollte ich gar nicht. Okay, geht's doch noch. Ja, ja. Ja, genau. Ja, ziemlich einfach eigentlich. Jep. Oh, jetzt gibt's Kaffee. Ja, danach geht's auf Zeit, das ist das Problem. Kaffee sucht wieder am Abend. Kaffee geht immer. Und Shisha. Und du hast eh gerade keine Zeit zum Rauchen? Ja, doch. Weiß ich. Geht's ja schon. Okay. Dankeschön. So. So. Um, 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 um. Das Typ ist aber auch nicht gerade der Intelligenteste, ne? Äh, nicht wirklich, nee. Wie. Wie. Ja. Wie. Okay. Wie. Wie. Mir fällt dir halt ein böser Spruch ein, aber das was ist. Wir haben definitiv ihm diese Zeit gezeigt. Ähm, hey, Franky! Franky! Wo ist er? Oh nein! Herr Skorrenblatt! Ich denke, ich habe ihn! Du siehst nicht zu gut. Ähm... Du kannst dich gut sein. Was meinst du gut? Hey, schau an mich! Ich habe ihn auch gebrochen! Ich bin nur Feuerwerk von mir. Sie werden mir bemerken, wenn du siehst. Oh, du bist alles gut, komm mal. Was sollst du tun? Ich habe eine Idee. Okay, lass uns sehen. Hey, Hoppe! Wow! Sehr kreativ! Da geht's! Das ist neu! Wir sollten uns den Chirurgen sofort auch mal vorschlagen. Ich glaube, dass wir das richtig sind. Wir sind nicht so glücklich. Was denkst du? Ja, das ist großartig. Was meinst du? Oh, das ist großartig. Du weißt, danke, Herr Skrull. Ich denke, dass von all den Leuten in der Welt, die ich noch kennengelernt habe, du hast den größeren, kindesten, liebsten, liebsten, liebsten Freund. Okay. Ja. Keine Worte zu sein. Anyway, wir müssen uns jetzt herausfinden. Ja. Du könntest richtig sein. Nein! Ja. Typisch. Oh! Ja! 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 Ja. Ich glaube, ich hätte besser beginnen! Flimmy, hmm, don't like the look of those wires, better be quick.